2 Minuten. 1 Minuten. Halt, man. Er fängt mit 10 Minuten. Ich habe nicht mehr Luft umherangebaut. Dann muss ich wieder einen neuen Job vorbereiten. Jetzt bin ich sogar gefühlt. Jetzt weißt du drauf. Super, erste Reihe. Das Goldbeinchen von Italienisch. Ein paar Jobs. Hängt mich fest. Warum haben wir so gestresst? Ich bin wohl gekostet, der loslässt. Ja, ich bin auch. Und er schwebt natürlich. Jetzt bin ich schneller. Du bist schneller als hierhin. Für ein Flugzeug, oder? Du darfst ein bisschen schneller sein. Jetzt muss ich einmal die neue Bahn schauen. Die ist so steil. Du stehst auch nicht mehr gerade. Der Boden bleibt gerade. Der Kollege sagt, es hat ein super Feeling. Dann hat es uns nicht oben verstanden. Jetzt kommen wir gleich beim Hotel raus, oder? Ja, so hat es uns vorher gesagt. Ich hoffe, es ist bald aufs WC. Ja. Du fährst super. Fühlt sich richtig wohl bei dir. Ehrlich? Gibt es da Unterschiede zu anderen? Ja, wenn du merkst, du bist mit voller Energie frei. Jetzt müssen wir langsam bremsen. Das ist wirklich praktisch. Wenn du nicht schlafen kannst, kannst du beim Handy gehen. Vielleicht gibt es ein Abo. Das ist ein Abo. Nein. Das ist noch hier. Ich dachte, der macht einen Witz. Das ist eine Tatsache. Gruppe Pisa, Ankunft Lugano. Hotel Aquarello. Eben.